heute sehr so sieht man auch nicht richtig aus deswegen das ist alles nicht ich finde es nicht ich finde es nicht sollte ich nicht sind kerzen ist das weiß ich nicht hier ist auch nicht das was ich suche könnte das denn noch sein das wollen wir nicht okay das salz neben dem pfeffer das würde ich gerne wissen wo der pfeffer ist da wüsste ich auch wo das salz ist dass man zur seite so denn ich weiß es ja nicht das scheint alles nicht richtig zu sein hier das war schon paula milch das ist alles nicht richtig gern wissen was das ist deswegen stand hier ist rechts vom pfeffer vielleicht das hier das war wohl falsch frage ich mir das hier rein ist auch falsch ich probiere jetzt einfach mal aus steht hier vielleicht noch was wo ich das salz finde ähm ah ok ich muss das was das orange macht ne das nicht das macht's gelb vielleicht das hier so so weil das macht's ja nicht gelb das macht's ja das ist falsch so immer alles im weg das ist weil ich jetzt habe ich mir nicht mehr angepasst das ist gelb oder so so das macht's blau das macht's ja nicht schwarz oder so das hier so das macht's ja hellblau will ich's nochmal benutzen passiert nichts das macht's gelb so so das macht's schwarz hier sind ja noch welche so das macht's ist das orange ja es ist so ok was muss ich jetzt machen ähm vielleicht ist das ja der vogel das macht sinn deswegen vielleicht kommt der ja jetzt ich hier irgendwie vögel weil warum sollte ich sonst ja so perfekt hinstellen können ich weiß ja auch noch nicht was es mit dieser figur hier auf sich hat die ich ja so auseinandernehmen kann also da würde ich gern noch mehr wissen ich kann damit also das scheint schon richtig gewesen zu sein und weiß ich noch nicht was ich sonst machen soll das ist ja mal ein schöner vogel ein adler das ist ja so eine große also der kriegt dann was zu fressen vorbereitet werden das verstehe ich immer nicht bei haustieren aber es liegt ja wahrscheinlich daran weil ich das spiel wird geschweifelt das liegt daran dass ich ein haustier wahrscheinlich neuer task klappen zuerst so wow immer creepy ich weiß noch nicht mit was ist hier irgendwas womit man die mit kreisen kann sieht man das hier irgendwie das nicht wie das hier genau das sieht richtig aus fliegt er weg was ich jetzt machen will soll ja wo ist es denn 2053 ja gut das ist doch das jahr wo die die person da weggegangen ist noch vielleicht hier ja genau dafür war das gut okay my name is enebisch i've always lived here because i can't go anywhere else grandpa budgies say lots of people used to live around here but they all died when they do when the dome blue up the area has been deserted ever since a site von myself budget and on gods keine ahnung was anspricht okay der kennt die wurden auch gedoomt okay er beschreibt hier sein leben so wie das hier ist und okay er collected und digitalisiert blumen auch ein witziges hobby da geht es immer weiter alles klar er schreibt hat so was passiert ist in letzter zeit ok und kreisen der wilde diese die stadt finden Okay. Gut. Das war's. So. Ähm. Das stand da. Okay. Okay. Vielleicht. Also sozusagen. Ich soll in die Richtung fliegen wieder. wie die mit da wo die da wo die hinfliegen ich darf man dahin vielleicht ist das ja richtig das ist das grab der ist von 2003 anscheinend okay das ist dann nicht das richtige hier ist mir das noch mal durch okay gehe aus der hütte raus und gehe genau gerade dann kommt ein stein mit einem snack da da weiß ich nicht genau was das heißt okay ich soll auf irgendeinem stand hier der stein gehen da diese richtung soll dann das dann ein baum und der zeigt mir dann den weg die richtung dahinten wird wahrscheinlich das sein das wollte ich nicht ja hier hat das wahrscheinlich das gehirn was ich da jetzt einbauen soll weil das das sieht ja so aus wie dieses was ich da einmal kurz rausgenommen habe das könnte ja vielleicht ist ein gehirn oder oder halt sowas ähnliches und speichermedium sein deswegen glaube ich jetzt mal wieder zurück mit der schönen hintergrundmusik und treibe ein bisschen historisch voran so jetzt bin ich hier jetzt nehme ich mal den kopf ab spreche das auch mal das mal raus so nehmen wir das aus da ein die kopf wieder dran das muss ich jetzt machen das ist falsch es fehlt irgendwas so ich mal ein feind connected synchronize okay hier sind noch zwei parts mit das eine ist bestimmt das hier ja das andere ist das hier hat sich doch hier irgendwas anderes noch gefunden das hier das funktioniert nicht das ist vielleicht irgendwo in der schubladen ist vielleicht noch was für mich nee das nicht das nicht hier drin auch nicht warallye noch was Ist das hier oben irgendwas Wichtiges? Nee. Irgendwas hier? Nee, auch nicht. Mach mal wieder den Kopf zu. Okay, das kann ich hier nicht benutzen. So, und das hier mit dem Teil, das kann ich glaube ich auch nicht benutzen. Nee. Dann muss ich noch irgendwas anderes finden. Die Brille brauche ich glaube ich nicht. Das auch nicht. Ist auch nichts drin. Das kann ich glaube ich nicht nehmen. Nö. Und da auch? Schade. Moment, ich hab doch, genau, ich hab doch das Teil hier rausgenommen. Oder? Ja. Okay. So, hab ich denn die Brussabdeckung so da. Gucken wir mal, ob irgendwas passiert. Nein? Sagt sie ja raus? Anscheinend ja nicht. Ah, jetzt gibt's das. Hi. Hi. Hey. Das ist sogar vertont. Das ist nice. Das ist schön, dass es vertont ist. Jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, ich glaube. Und du bist? Was willst du? Ich möchte wissen, was ist hier passiert. Du bist nicht ein Molger. Ich weiß nicht, was ein Molger ist. Kannst du erklären? Es ist jemand, die Menschen und sieben ihre Substanz. Was Substanz? Ich verstehe nicht. Mein Name ist Ida. Und ich verstehe sogar weniger als du. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht das Körper. Es ist etwas falsch. Ich kann nichts sehen und ich nicht fühle meine Legen. Was ist mit meinen Legen?